Hallo, herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Lars Mattil, ich bin unser vierter Geschäftsleiter. Nachdem wir im 70. Jubiläumsjahr 2022 vier wichtige Jolaner vorgestellt haben, möchten wir nun noch zwei nachtragen, die heute bei Jola aktiv sind. Beginnen werden wir mit meinem Vater Volker Mattil. Volker Mattil trug sich als Schüler mit dem Gedanken, Arzt zu werden, verwarf diesen dann aber und schlug eine Laufbahn zugunsten des Familienunternehmens ein. Schon kurz nach seinem Abitur trat er zum 1. Juli 1968 für mehrere Monate bei Jola ein und erledigte unterschiedliche betriebliche Aufgaben. Auch in späteren Jahren arbeitete er immer wieder kurzzeitig im Unternehmen, wodurch er bereits viele Praxiserfahrungen und konkretes Unternehmenswissen sammelte. Im Sommersemester 1969 begann er an der Universität Mannheim sein Studium der Betriebswirtschaftslehre, das er mit dem Besuch von Veranstaltungen im Fach Französisch flankierte. Seine Mitgliedschaft im Weinheimer Chor Renunicaria prägte sowohl seine organisatorischen Fähigkeiten als auch seine Persönlichkeit. Nach seinem Abschluss als Diplomkaufmann war er ab dem 1. November 1973 ununterbrochen bei Jola tätig. Dort war er zunächst der Mini neben seinem Vater Senior und Bruder Junior. Durch intensive Verkaufs- und Marketingaktionen erhöhten sein Bruder und er im Laufe der folgenden beiden Jahrzehnten den Umsatz um ein Vielfaches. Daneben war er auch in den 1980er und 1990er Jahren mit Geschäftsführer der Firmen Heizer-Matill, GmbH & Co., Beckfreien Drehteile GmbH & Co. KG, Jola SHL und Jola Limited. Über den Aufbau des Jola Produktkatalogs erschloss er sich ein detailliertes technisches Wissen, das er in etliche Neuentwicklungen und Produktzulassungen einbrachte. Diese Rolle als Produktmanager hat er bis heute inne. Jene als Geschäftsleitung gab er zum 31. Dezember 2018 ab. Somit steht er dem Unternehmen mit einigen Jahrzehnten Erfahrung nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an der Technik hast. Für Fragen stehen wir bei Jola gerne zur Verfügung. Bis bald!